Hallo Sportfreunde, willkommen zum nächsten Teil der Vorstellung unserer Zuchtpaare von 2020 bzw. für 2021. Das ist das Paar 669 x 564. Der Vogel Nummer 669 ist von Züchter Frank Lindemann aus Rostock, wunderschöner Kerl. Sein Vater ist Regionalflugsieger mit 2265 gesetzten Tauben und macht auf einem anderen Flug auch noch einen vierten gegen 1761. Kann also schon was. Die Tauben 564 kommt auch aus unserem alten 142. Der ja gut spitze geflogen hat. Mal einer Träubin von Johann May aus unserer RV. Von der der Vater als jähriger am 7., 8., 16., 28. geflogen hat oder er flogen hat, dann aber leider ausgeblieben ist. Die Tauben 564 ist auch die Mutter vom RV bestenjährigen von 2019. So und dann stelle ich euch die beiden gleich noch mal in der Handbeurteilung vor. Bis gleich!